Ich habe eine super Möglichkeit, um wieder mal auf deine Proteinmenge zu kommen, also eine Idee, und zwar mit körnigem Frischkäse. Das ist eine super Proteinquelle. Wenn man mal hinten drauf schaut, es hat 0,5 Gramm Fett pro 100 Gramm. Die ganze Packung hat 200 Gramm, und an Eiweiß sind das stolz 12 Gramm. Das heißt, diese ganze Packung hat 24 Gramm Eiweiß. Also eine mega coole Sache, um auf deine Proteinmenge zu kommen. Und zwar ist das ganz schnell gemacht. Ich mache das einfach in eine Schüssel rein. Den Löffel hier, dann kriege ich das nicht raus. Du kannst es natürlich auch so essen. Manchmal bin ich da ganz schmerzfrei und esse das so. Und dann, Moment, mal einen zweiten Löffel holen, habe ich hier Flavor-Poder. Du kannst aber auch jedes andere nehmen. Das habe ich jetzt selbst bezahlt. Also kriege ich kein Geld für. Das ist jetzt in dem Fall Sorted Caramel. So, und da reicht ein Teelöffel. Einfach da drüber. Und dann wird das umgerührt. Manchmal, wenn das von der Konsistenz dir nicht gefällt, kannst du da noch Wasser dazu machen. Hat halt null Kalorien, ne? Ja, mein Hund muss jetzt unbedingt Wasser trinken. War ja klar. So. Sieht nicht gerade toll aus, aber erfüllt den Zweck. Also, wie gesagt, eine so eine Portion hat 24 Gramm Proteine. Und es ist nicht immer leicht, für mich zumindest, auf die gesamte Proteinmenge zu kommen. Also, ich bin schon mittlerweile bei 140 Gramm pro Tag. Ja, also pro Mahlzeit muss ich schon mindestens auf meine 30 Gramm kommen. So. Also, rein damit. So. 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 So.